Ist was passiert? Du hast es auch nie überleicht, wenn mir was. Na, sagen wir mal, langweilig ist das Leben mit dir auf keinen Fall. Wir sagen, unser Mann ist König. Ja, aber dann bist du da doch zu retten. Na, wie hast du dir das vorgestellt, ne? Ich dachte über deinen Betrieb. Du hattest doch mal Möglichkeiten, Karten für so eine Veranstaltung zu besorgen. Ich hatte, mein Sohn, ich hatte. Falls es deine Aufmerksamkeit entgangen sein sollte. Wir wohnen jetzt hier in einer anderen Stadt. Na, wie viele Karten brauchst du denn? Na, 30. 30? Na, sag mal, du musst doch wohl vom wilden Affen gebissen worden sein. 30? Ja. Na, ist doch wahr. Was meinst du, wer alles Karten für das Konzert haben will? Über zwei oder drei? Da hätte man vielleicht noch reden können, aber 30. Sag mal, was soll ich denn überhaupt mit der Krawatte dicke? Na, umbinden. Na, aber ich gehe doch nie ins Theater. Ich muss in die Kommissionssitzung. Das ist doch deine erste, Dicker. Mach schon. Damit jeder sieht, das ist der Neue. Den hat die Mutti extra Wein gemacht. Ist doch für seine Klasse, Vati. Kannst du ihm nicht doch irgendwie helfen? Kannst du ihm nicht doch irgendwie helfen, Vati? Ich weiß schon, wie das bei dem gelaufen ist. Groß auf die Pauke hauen, aber die Karten besorge ich. Bla, bla, bla. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Na, komm. Ich dachte doch bloß, wo du jetzt Abgeordneter bist. Wo du jetzt Abgeordneter bist? Das fängt ja gut an. Ich dachte, dass ich vielleicht Karten besorgen könnte. Und die haben das doch gleich für wahre Münze genommen. Dann habe ich mich nicht mehr getraut. Nur so gesagt. Eins schreib dir mal hinter die Ohren, mein Sohn. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wenn du schon redest, dann nur über das, wo du wirklich Bescheid weißt. Na, dann vergiss das nicht, wenn du nachher in deiner Sitzung sitzt. Es ist zum graue Haare kriegen. Der Mann überhäuft mich mit Eingaben, obwohl ich ihm x-mal gesagt habe, da kann nicht draus werden. Dann sagen Sie es ihm eben noch einmal. Die Ablehnung seines Antrags durch den Rat erfolgt zu Recht. Der muss sich einen anderen Platz für sein Eigenheim suchen. Dort kommt jedenfalls ein Neubauviertel hin. Damit Sie gleich richtig Bescheid wissen, Kollege König. Unsere ständige Kommission für Bauwesen erteilt keine Baugenehmigung. Das ist nicht Sache der Abgeordneten. Anträge für private Bauten müssen bei der örtlichen Baukommission eingereicht werden. Ihre Aufgabe als Abgeordneter kann es nur sein, falls sich ein Bürger an Sie wendet, zu überprüfen, ob die Ablehnung seines Antrages zu Recht erfolgt ist oder nicht. Ist das klar? Ja. So. Punkt zwei unserer Tagesordnung. Möglichkeit der Anwendung neuer Bautechnologien. Na, wie sieht es aus, Jörg? Also, das Hubdeckenverfahren habe ich mir in Leipzig angeguckt. Und den Kletterkran woanders. Meiner Meinung nach beides eine Nummer zu groß für unsere Stadt. Sag mal, wie meinst du das? So rein finanziell gesehen oder wie? Wohl als auch. Der technologische Aufwand bei einer Stadt unserer Größenordnung steht nicht dafür. Das ist natürlich schade, aber wir wollen ja schließlich keine zehn- oder zwanziggeschossigen Bauten haben. Die passen nicht ins Stadtbild. Also müssen wir andere Wege und Methoden finden, um rentabel und effektiv zu sein. Zumindest haben wir mit der Mastenbauweise gute Erfolge zu verzeichnen. Ich wünschte, wir könnten das auch von den Armaturen sagen. Unsere Innung hat immer wieder Probleme hinsichtlich Quantität und Qualität. Ja, und von den Bürgern überhaupt mal ganz zu schweigen. An meiner Badewanne hielt das nicht nur drei Tage. Gucken Sie mal meine Bespatterie zu Hause an. Wir sprechen in der Pause darüber. Die ABI kümmert sich jetzt darum. Bleiben wir bei der Tagesordnung. Also, Sanierung des Altbaugebietes. Da käme bei der Rationalisierung der Rekonstruktion nur die komplexe Fließfertigung in Betracht. Aber da dürfen nicht diese schönen alten Fassaden hier zum Opfer fallen. Aber auf keinen Fall. Im Gegenteil. Sehen Sie. Zum Beispiel die Kolonnaden in der Winkelmannstraße stammen aus dem 18. Jahrhundert. Die sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. Die Säulen sind sehr stabil in ihrer Substanz. Das kann ein richtiges Schmuckstück werden. Oder in der Breitenstraße. Hier wollen wir die Ärger als typisches Stilelement der Bürgerhäuser besonders hervorheben. Durch möglichst originalgetreue Farb- und Detailgestaltung. Sozusagen ein wirkungsvolles Make-up der Fassaden. Ja, ja. So viel dazu. Kommen wir jetzt zu Problemen, mit denen wir uns ebenfalls beschäftigen müssen. Da wären die Umgehungsstraße, der Schlachthof, die Erweiterung des Krankenhauses. Zunächst die Umgehungsstraße. Wegen der Umgehungsstraße haben wir uns bereits mit der Verkehrspolizei, den Verkehrsplanern sowie mit den Straßenbauern zusammengefasst. Du hast eine Eroberung gemacht. Da ist natürlich eine Menge zu bedenken. Dann aber eine recht schüchterne Gewerkschaft. Weil mit einem weiteren Aufkommen an Fahrzeugen zu rechnen ist. So ein ruhiger Typ. Worüber habt ihr gesprochen? Über das Hubdeckenverfahren, mein Sohn. Und was ist das? Das Hubdeckenverfahren? Na ja, um es mal ganz vereinfacht zu erklären. Bei Neubauten, da werden die Decken jetzt vorgefertigt und gelagert und dann per Hub. Ich meine, was Hub ist, das hast du doch nach Schule gelernt. Also per Hub in die richtige Etage gehoben. So einfach ist das. Siehst du, Mutti? Und du dachtest immer, Fatih findet sich im Bauwesen nicht zurecht. Oh, 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 so habe ich das aber nicht gemeint. Na, sag mal, mich würde viel mehr interessieren, wer ist denn alles so drin in eurer Kommission? Ach, das ist ganz verschieden. Vom Alter, vom Beruf und auch von der Organisation her. Von jedem eben etwas. Aber von jedem das Beste. Natürlich. Natürlich. Ihr habt doch eine Vorsitzende, nicht? Ja, eine Architektin. Sehr nett, sehr intelligent. Und ein Bauverstand, die will sich dafür einsetzen, dass die alten Bauten gerettet werden. Das finde ich sehr sympathisch. Aha, und wie alt ist sie etwa? Oh, etwa 30, Ralf. Gib doch mal den Wurstteller rüber. So jung noch? Hm, und wie sieht sie denn aus? Na, wie eine junge Frau eben heute aussieht. So. Ist doch uninteressant. Aha. Dabei habe ich so eine interessante Neuigkeit für dich. Es ist beabsichtigt, den Schlachthof zu modernisieren und zu erweitern. Ja, also das finde ich schön. Sag doch mal. Vater, wie sieht sie denn aus, deine Vorsitzende? Also, ihr könnt einen nerven, wenn es für euch lebenswichtig ist. Blond, blauäugig und schlank. Ah. Ah, und 33. Und damit ihr beruhigt seid, verheiratet und ein Kind. Und jetzt lass mich in Ruhe essen. Frau König, Momentchen mal. Ich habe schon an Ihnen gesehen. Sie haben ja keine Ahnung, was sich der Meint schon wieder geleistet hat. Der tut ja gerade so, als geht beim Luftwärmen Raum und nicht in unserem Wohnhaus. Also so geht das wirklich nicht. Was hat er denn nun wieder angestellt, der liebenswürde Hausgenosse? Nichts. Nichts. Dafür haben seine Kinder unser ganzes, schönes, neues Treppenhaus voll gemalt. Ach, nein. Sie sind dran, bitte. Ja, sofort. Ach, gehen Sie doch mal bitte vor, ja? Also, ich sage zu dem Meinke, er soll das irgendwie wegmachen. Sag doch der Meinke zu mir in seinem Mietvertrag, da steht, dass er nur für die Renovierung seiner Wohnung zu sorgen habe. Vom Treppenhaus habe ich ja nichts gelesen. Das ist unmöglich. Ich meine, wie sollen denn da unsere Häuser aussehen, wenn jeder so denkt, nicht? Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist denn die Wurst hin? Welche Wurst meinen Sie denn? Na, die da. Na, die hat die Kundin genommen, die Sie eben selbst vorgelassen haben. Also, alles wegen dem Meinkenner, der soll mir mal meine Lieblingswurst. Ist doch noch welche Daten. 300 Gramm, bitte. Tut mir leid, das war der Rest. Sie wissen doch, die geht immer so schnell weg. Aber am Donnerstag kommt neue mit. Nehmen Sie doch die hier. Die schmeckt ganz prima. Die da will ich nicht. Die da wollte ich. Auf die da habe ich jetzt Appetit. Nicht erst am Donnerstag. Ich muss sagen, die Kundin hat recht. Wenn Sie wissen, dass diese Wurstsorte besonders viel verlangt wird, dann müssen Sie eben entsprechend bestellen. Bei uns in Trellersbrück würde so etwas nie vorkommen. Da ist das Wurstangebot überhaupt viel besser als hier. Und Sie wollen doch nicht sagen, dass 50 Kilometer eine so weite Entfernung sind. Was wollen Sie denn damit sagen? Das kann ich Ihnen sagen. Vielleicht haben unsere Verkäuferinnen mehr Interesse an Ihrer Arbeit. Ne, 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 ne. Also so, so habe ich das doch nicht gemeint. So. Entschuldigen Sie, wollen Sie damit sagen, wir hätten kein Interesse daran, unsere Kunden gut zu bedienen? Ja. Wofür halten Sie uns eigentlich? Trellersbrück. Was wissen Sie denn in Trellersbrück von unseren Problemen? Unsere Stadt ist in kurzer Zeit viel größer geworden und der Schlachthof der viel zu klein, der kann eben nicht das ganze Sortiment in den großen Mengen bringen, die wir haben wollen. Das ist Ihr Problem. Dann müssen Sie eben darauf dringen, dass in irgendeiner Weise etwas geändert wird. Und warum kaufen Sie uns die Wurst hier weg? Weil es bei Ihnen so viel besser ist. Also meine Herr, ruhigen Sie sich doch. Warum denn diese Aufregung? Es wird ja was geändert. Ja. Der Schlachthof wird erweitert und modernisiert. Und dann kann unser Angebot in absehbarer Zeit jedem Vergleich standhalten. Sicher auch dem in Trellersbrück. Und warum wissen Ihre Kollegin noch gar nichts davon? Weil Sie davon noch gar nichts wissen können. Über das Schlachthofprojekt wurde erst gestern Abend entschieden. Und falls es Sie beruhigt, ich weiß es aus absolut sicherer und zuverlässiger Quelle. Sieben Tage? Wann willst du denn gehen? Ich dachte ab Montag. Ach du liebes Bisschen. Ab Montag. Wo wir doch schon so im Druck sind. Wie war es denn nun gestern in deiner Sitzung? Interessant? Die anderen Abgeordneten wussten ganz schön im Bauwesen Bescheid. Naja, für mich gab es da nur eins. Mund halten und zuhören. Und? Wollt ihr denn jetzt wegfahren? Nee, wir bleiben hier. Muss meine Bäume zurückschneiden. Ein paar Kronen verjüngen. Du hast doch schon den ganzen Sommerurlaub im Garten vermacht. Komm. Weißt du, du müsstest mal an einem Sommermorgen in der Laube munter werden. Durch die ersten Vogelstimmen. Das bekommt man nie über. Und wenn du so beobachtest, wie das, was du ausgesäht hast, wächst. Und dann, was meinst du, wie schön das ist, wenn deine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes Früchte trägt? Den wollte ich dir vorhin schon geben. Oh, danke. Du kannst einem wirklich den Mund wässrig machen. Es gibt ja Leute, die sagen, in unserer Halle stinkt es. Ich liebe diesen Geruch von Lack und Leim. Der gehört einfach mit zu meinem Leben. Aber wenn ich in meinem Garten umgrabe, dann merke ich auch, wie ich in der frischen Luft so richtig auftranke. Für meine Nase riecht es in eurem Garten hauptsächlich nach Grillwürstchen. Wir stellen eben alle Hand auf die Beine in unserer Gartensparte. Ist ja bloß der Neid, der aus mir spricht. Weißt du, wir wohnen schon seit so vielen Jahren in der Großstadt. Aber einen Garten hätte ich auch gerne gehabt. Schon wegen der Kinder. Naja, hat nie geklappt. Du, Schorsch, entschuldige, ich muss noch vor dem Essen zur Werkleitung. Also, wir sehen uns am Mittwoch übernächster Woche. Ich wünsche dir schönes Wetter und säg nicht die falschen Äste ab. Schon wegen der Früchte, ja? Und du wolltest wirklich einen Garten? Man kann ja nicht alles im Leben haben. Mach's gut. Mutter, warum platzt du dich mit der großen Wäsche immer noch selber ab? Inga hat dir schon so oft angeboten, dass sie deine Wäsche mit in die städtische Wäsche reiten. Aber Junge, das habe ich dir doch schon so oft erklärt. Ich habe eben meine eigene Vorstellung, wie Wäsche gewaschen werden muss. Vielleicht ein bisschen altmodisch, aber meine Wäsche kann sich sehen lassen. Außerdem ist die große Wäsche für mich ein Beweis dafür, dass ich noch nicht ganz zum alten Eisen gehöre. Und dann, ich habe ja auch viel Zeit. Gib's doch gleich zu, es geht ja nur darum, dass du dort ein Schwätzchen machen kannst. Ja, man erfährt dort immer das Neueste und Interessanteste. Darf ich mal durch, Frau Säger? Ja, schön. Schönen Tag. Leben noch frisch? Ja, ja, ist gar nicht klar. Ich darf auch sagen. Moment mal, dann gehen Sie mal hier, sonst rutscht die so mehr Akkorde noch aus. Und was hast du denn da alles erfahren in deinem Waschstützpunkt, oder? Zum Beispiel, dass der Betrieb meines Sohnes immens vergrößert und supermodern eingerichtet wird. Der Schlachthof? Och Gott, brauchst gar nicht den Unwissenden zu spielen. In einem Jahr ist er fertig. Die ganze Stadt weiß das doch schon. Da hätte ich doch wohl auch etwas davon erfahren müssen. Da habt ihr dir aber einen schönen Bären aufgebunden. Och, tut doch nicht so. Weißt du was, Baufreiheit ist nun dann? Das ist freier Platz zum Bauen und den gibt's für uns. Und weißt du, warum nicht? Weil dein alberner Waschstützpunkt dort steht. Der musste weg. So ist nämlich die Sache. Oder anders, Wurst oder Wäsche. Das ist die Frage. Guten Abend, Richard. Guten Abend. Wenn ich schon mal zu spät komme, ist die Vorstandssitzung bestimmt schon voll im Gange, was? Bringst du mir in den Arten, Grock? Dauert aber doch einen Moment. Im Prinzip hätte ich doch gar nichts dagegen, deinem König einen Garten zu geben. Aber es geht eben nicht. Entschuldigt, ich konnte nicht eher. Ich bin noch im Betrieb auch keinen Ort. Hier, kennst du doch, die Liste der alteingesessenen Bewerber. Weißt doch, dass manche schon jahrelang warten. Kinderreiche Familien darunter. Ja, freie Gärten kann man eben nicht am Fließband produzieren, wie bei euch im Werk, die Möbel. Wir können nicht in meinen Garten gehen. König ist nicht jeder. Sei doch vernünftig, George, so geht doch das nicht. Warum sollen wir deshalb Ärger kriegen mit den anderen? Erst müssen wir mal an unsere Einheimischen denken. Ach, die Einheimischen. Ich bin auch einer und deswegen will ich euch jetzt mal was sagen. Übrigens, König hat auch Kinder. König ist nicht jeder und... Hör doch auf damit. Wir haben hier unsere Liste und damit basta. Lass mich ausreden. König ist Abgeordneter der Ständigen Kommission Bauwesen. Na und? Also ein Vertreter aller Dörenburger. Und ausgerechnet bei ihm wollt ihr einen Unterschied zwischen Einheimischen und Zugereisten machen und... Ständige Kommission Bauwesen. Tatsächlich. Diese gesellschaftliche Funktion des Bewerbers sollten wir nicht außer Acht lassen. Im Interesse der Sparte. Sag mal, Heinz. Kannst du mir vielleicht erklären, wie du das meinst? Ja, aber komm uns nicht mit krummen Sachen. Ich? Was hätte ich denn davon? Unsere Sparte liefert doch jedes Jahr eine ganze Menge Obst und Gemüse für die Versorgung der Bevölkerung. Doch wir haben für die Erweiterung der Sparte auch unsere Vorstellungen und Wünsche, die sich nicht immer ganz... Ach, lassen wir die Gründe mal dahingestellt mit den Vorstellungen der Stadt decken. Manches ginge sich ja ein bisschen schneller und unbürokratischer durch. Wenn wir auch einen Mann mit in der Stadtverordnetenversammlung hätten. So läuft die Schoße. Nee. Mann, wenn der König bei uns einen Garten hat, dann wären wir vielleicht nicht so schnell vom Wohnungsbau geschluckt. Wenn ich etwas dazu sagen darf, ich wäre auch dafür. Wir haben doch in unserer Sparte solche und auch solche. Und wenn der König dann was sagt, hat das doch eine ganz andere Wirkung. So ein Mann hat doch eine Autorität. So ein Mann weiß auch in gesetzlichen Dingen für unsereins bestens Bescheid. Also was Müllerfried sagt, stimmt. Es ist sonst kein Platz zu einer Erweiterung da. Also ich kann das gar nicht so richtig glauben. Da hätte man uns doch irgendwas gesagt. Kein Rauch ohne Feuer. Wenn schon von einem Projekt gesprochen wird. Unser Waschstützpunkt soll demnächst abgerissen werden. Nach allem, was wir wissen, wird unser Waschhaus ein Opfer der Bauplanung. Und wo sollen wir in Zukunft waschen? Was bilden die sich denn einem Rad? Einfach über unsere Köpfe hinweg. Ich weiß ja nicht, was Siebel. Aber ich meine, so geht das nicht. Die können uns ja nicht einfach vor vollendete Tatsache stellen. Und wir können sehen, wo wir mit unserer Wäsche bleiben. Typische Männerentscheidung. Was kümmert mich die große Wäsche? Die macht sowieso meine Frau. Na denkst du, ich komme extra in meinen Urlaub hierher, um dich auf die Rolle zu nehmen? Ein Garten ist doch nicht wahr. Wirklich ein Garten? Was du da für einen Aufriss machst. Ich habe eben einfach zugepackt, als ich die Gelegenheit hatte. Also weißt du, wenn du so daherredest, dann denke ich, da muss da einer dran gedreht haben. So ein Quatsch. Wer wollte denn da dran drehen? Na guck mal, unser Urlauber. Was will der denn hier? Der hält's wohl zu Hause nicht aus. Schöne Laube, alles Picobello in Schuss, Kirsch- und Apfelbäume, Johannes- und Stachelbeersträucher, Erdbeerbeete, Beete für unterschiedliche Gemüsesorten, ein kleines Stück Rasen, ein paar Ziersträucher, entlang des Weges eine breite Blumenrabatte. Aber was ich dir bei der Gelegenheit auch noch sagen wollte, so eine Arbeit im Kleingarten will wirklich und rundherum ernst genommen werden. Einige im Vorstand dachten deshalb, du als Abgeordneter könntest... Ach, die denken, ich hätte wegen meiner Funktion keine Zeit. Da brauchen die sich ja keinen Kopf zu machen. Außerdem habe ich doch noch eine Familie, die sorgt doch mit dafür, dass alle schön in Schuss bleiben. Kannst du aber kommen, Meister, bei Herzen gibt es Schwierigkeiten. Ja, ich komme sofort. Na ja. Du, aber wenn du meine Frau siehst, dann sag ihr noch nichts von dem Garten. Das ist doch eine Riesenüberraschung. Ich muss unbedingt ihr Gesicht sehen, wenn sie davon erfährt. Das kannst du doch verstehen, nicht? Ja, ich komme sofort. Also, ich bin der glücklichste Mensch von ganz Lernburg. Wenn ich den erwische, der mir das eingebrockt hat, er wird sich wünschen, mich nie in seinem Leben auch nur gesehen zu haben. Wer hat ja dumm rumgequatscht? Also, ich habe keine Ahnung, woher dieses Gerücht kommt, Bürgermeister. Von mir oder aus meiner Gruppe jedenfalls nicht. Aber aus eurer Ecke könnte das kommen. Aber nein. Unsere Kommission weiß, dass der Schlachthof erweitert werden soll, aber dass es noch kein festes Projekt gibt. Und in der Stadt redet man von einem ganz festen Projekt. Herr Gott, noch mal, wir können ja verstehen, wie der zumute ist, innerhalb von zwei, drei Tagen so ein Stapel Eingaben. Was heißt hier Stapel? Ein Berg ist das! Hier, Augenblick. Der Rat ist unglaubwürdig für mich geworden, oder? Wie kann man mit Entscheidungen in das Leben von Hunderten von Familien eingreifen, ohne mit diesen vorher zu sprechen? Bitte! Und hier haben Sie noch nie etwas von Erleichterungen für die berufstätige Hausfrau gehört, von der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, Herr Bürgermeister. Oder wir verwahren uns dagegen, dass wir einfach übergangen werden. Das vereinbart sich nicht mit unseren Vorstellungen von sozialistischer Demokratie. Und warum das alles? Weil einer mit ungelegten Eiern gehandelt hat und ich, der Bürgermeister, darf nun die Rechnung dafür bezahlen. Na, du Paragrafen-Spezialist, kannst du mir mal sagen, was das Gesetz in einem solchen Falle einem geplagten Bürgermeister empfiehlt? Kann ich. Eingaben von Bürgern sind innerhalb von 14 Tagen zu beantworten. Früh übt sich, mein Engel. Meine künftige Schwägerin wird mir's danken, wenn wir dich so konsequent auf künftige Partnerpflichten vorbereiten. Künftige Schwägerin. Die Weiber können mir gestohlen bleiben. Ach so? Das sah mir aber gestern Abend vor dem Kino ganz anders aus. Sag mal, Mutti, was schweigst du so vor dich hin? Vati hat eine Überraschung für uns. So? Was denn? Sag doch mal. Er hat einen Kleingarten für uns. Einen Kleingarten? Also Mutti, weißt du, du musst mir jetzt nicht böse sein, aber ich finde einen Kleingarten richtig gehend kleinbürgerlich, richtig spießig. Finde ich auch. Je in Sonnabend und Sonntag in so einer Gartenkolonie hocken? Ja, mal mit ist ja ganz schön, aber immer. Aber gegen Obst das Redlichs Garten habt ihr doch auch nichts. Mensch, Mutti, erst fragst du uns nach unserer Meinung, dann wirst du gleich prinzipiell. Wie ist denn Vati so plötzlich zu einem Garten gekommen? Keine Ahnung, wahrscheinlich überschaust Redlich. Seine Frau hat sich heute an der Kasse verplappert. Ja, es soll wohl eine Überraschung für uns sein. Na, die ist ja gelungen. Aber ehrlich, Mutti, da spiele ich nicht mit. Ich weiß doch genau, wie es kommt. Vati muss abends zur Schicht oder auch irgendwas anderem gesellschaftlichen. Dir tun abends die Bähne weg, glaub ich ja. Babel zieht mit ihren Freundinnen los ein Auge machen und dann heißt es immer, Ralf, du müsstest heute mal Unkraut zupfen. Hey, danke. Sag mal, was sagst du denn eigentlich dazu? Unsere Meinung haben wir jetzt gesagt. Tja, also ich halte den Kleingarten nicht unbedingt für späßig, ne? Ich glaube auch nicht, mein teurer Sohn, dass du das Unkraut alleine zupfen müsstest. Aber erstens denke ich nicht daran, von nun an jedes Wochenende und jeden Urlaub in dem Garten zu verbringen und da alles das zu machen, was ich sonst noch das ganze Jahr nebenbei mache und zweitens finde ich, geht es nicht, dass Vater sowas einrührt, ohne vorher mit der Familie darüber zu sprechen. Also ich würde sagen, es wäre das Beste, wenn du die Sache mit Vati alleine klärst, grundsätzlich gesehen. Das ist sicher leicht für Vati, wenn wir zwei nicht dabei sind, ne? Na, warte. Der soll mir mal nach Hause kommen. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber ich bin wirklich in Eile. Nur eine Minute, ich muss Sie unbedingt sprechen, Sie sind doch abgeordnet. Irgendwann nicht, sondern einen späteren Zeitpunkt, ich habe da extra eine Sprechstunde. Da brauchen wir keine Sprechstunde, was ich will, da werden wir in der Verkaufte. Das ist sozusagen eine Vorinformation, weil wir Sie sich ja brauchen. Wer ist denn wir? Meine Kollegen und ich, Sie wissen doch, ich arbeite auf dem Schlachthof. Schlachthof? Na, deshalb bin ich doch so in Eile. Wegen dieser Schlachthof, und ich habe jetzt eine außerordentliche Sitzung. Na, was sagst denn? Wenn ich das meinem Kollegen erzähle, ein Abgeordneter, der direkt mit unserer Sache zu tun hat, mein Nachbar. Ist doch wie ein Gramm mit Vieren, ne? Also, okay, macht ihr unterhalten, wenn ich Ihnen konkret etwas dazu sagen kann. Alles klar. Na, du. Da drin sind ein paar Argumente, ihr Mann, das ist schon Bescheid. Aha. Dankeschön. Wer war denn da? Der Müller hat ein Paket für dich abgegeben. Du, mach mir doch bitte eine Tasse Kaffee und eine Stulle. Ich muss gleich weg. Ja. Oh, du lässt dir aber appetitliche Argumente frei Haus liefern. Was? Wie meinst du das? Hier. Was hat das der Müller abgegeben? Na, wickel das wieder ein und schick's nach oben. Sag mal, mit welcher Begründung denn bitte? Ich nehm doch von dem nichts geschenkt. Ich bitte dich. Sei doch nicht päpstlicher als der Papst. Bezahlen wir natürlich, ist doch klar. Sag mal, wieso hast du's denn eigentlich so eilig? Ich hab ne außerordentliche Kommissionssitzung. Ich muss gleich weg. Sag mal, du Volksvertreter. Wie kommst du eigentlich auf die Idee, einen Garten zu besorgen, ohne deine Familie zu fragen, ob sie überhaupt will oder nicht? Also du, so geht das wirklich nicht. Wenn du unsere Meinung dazu hören willst, ja? Die Kinder und ich. Das wird zwar bitter für dich sein, aber daraus wird nichts. Damit musst du dich abfinden. Du, das neue Rasierwasser, das war wirklich gut. Ich danke dir. Also komm, komm, lenk nicht ab, ja? Sage mir lieber, was du dazu meinst. Wozu denn? Na, zu dem, was ich dir eben gesagt habe. Ich hab ja gar nicht gehört. Ich hab mich eben rasiert, da hör ich doch nichts. Melka, was es auch immer sein mag, wir reden heute Abend in Ruhe darüber. Jetzt hab ich wirklich keine Zeit. Komm, komm, komm. Kaffee? Ja, warum geht's denn in eurem Ratsitzung? Um ein Gerücht. Um ein Stadtgerücht. Irgendwer hat darum erzählt, der Schlachthof würde umgebaut und erweitert. Und das hängt wiederum mit einem Waschstützpunkt zusammen. Na, jedenfalls sind die Puppen am Tanzen. Hm. Na ja, die ganze Sache ist streng vertraulich. Du hast es doch in der Familie auch erzählt. Aber Liebes, wenn ich was in der Familie erzähle, dann lauft die ja nicht gleich los und tratscht das aus, ne? Na ja, aber du hast doch gesagt, der Schlachthof wird erweitert. Ich habe gesagt, der Schlachthof soll erweitert werden. Du kannst auch sagen, er muss erweitert werden. Aber das ist etwas ganz anderes, als wenn ich sagen würde, der Schlachthof wird erweitert, ne? Moment, du hast wortwörtlich gesagt, der Schlachthof wird erweitert. Ich habe vielleicht gesagt, es ist beabsichtigt, dass der Schlachthof erweitert wird, aber... Hast du etwa? In der Kaufhalle. Und ich muss in die Sitzung. Über 100 Eingaben hat Heidenreich mir vorhin durchtelefoniert. Aber deswegen muss ich doch nicht an dem Gerücht schuld sein. Nicht! Na, in der Kaufhalle! Du hättest dich doch gleich auf den Markt stellen können. Ich habe es doch nicht in böser Absicht getan. Das ergab sich aus der Situation. Lass es dir doch bitte mal erzählen. Was willst du mir erzählen? Hast du in der Kaufhalle mit fremden Leuten darüber gesprochen? Ja oder nein? Nein, also ja. Ach, du machst es dir aber verdammt leicht, Malina. Hast du nicht erzählt, dass der Schlachthof erweitert wird? Ich? Ich mache es mir leicht. Womöglich bin ich doch daran schuld, wie? Du hast mir etwas gesagt, was für meine Arbeit mit den Kunden sehr wichtig ist. Und ich muss in die Sitzung, nicht du. Und da wird der Teufel los sein. Was soll ich den Leuten erzählen, bitte schön? Sag doch, meine Frau ist schon an dem ganzen Schlamassel. Die konnte den Mund nicht halten. Tut mir leid, Kollegen, ich kann nichts dafür. Verratsche! Die entstandene Situation ist mehr als unglücklich. Aus diesem Grunde wollen wir jetzt nicht nach dem Schuldigen suchen. Das machen wir mit Sicherheit später. Jetzt geht es darum, wie wir aus der Situation herauskommen. Der Baschstützpunkt ist vor einigen Jahren auf Anregung des Rates von der Bevölkerung des Altbaugebietes im Mach-Mit-Wettbewerb gebaut worden. Damals wusste noch niemand, dass hier ein neues Werk entsteht, dass Tausende von Menschen nach deren Burg kommen werden. Aber heute müssen wir aus diesem Grunde den Schlachthof erweitern. Aber können wir der Bevölkerung des Altbaugebietes einfach sagen, es tut uns leid, ihr habt damals zwar viel Einsatzbereitschaft beim Bau des Waschstützpunktes gezeigt, aber jetzt ist uns das Ding im Weg, es muss weg. Wir haben seit langem uns den Kopf im Rad darüber zerbrochen, wo wir den Bürgern etwas Adäquates, etwas Gleichgutes oder noch Besseres bieten können. Aber leider... Will jemand was dazu sagen? Was haben wir denn von unserer Gutmütigkeit, dass wir euch Fremdlinge hier reingelassen haben? Bitte, Jürgen. Wurst und Fleisch für Tausende, Waschstützpunkt für ein paar Hundert, ist doch klar, was wichtig ist. Also mein Vorschlag, den Leuten vom Altbauviertel offen sagen, was Sache ist, sie müssen sich eben damit abfinden. Puh! Typisch, Junggeselle! Dann werde ich dir mal die Bindeln von meinen Zwillingen bringen, dann kannst du mal sehen, was die zusammenkacken. Es ist ja nicht allein der Waschstützpunkt. Seit das Gerücht durch die Stadt schwirrt, sitzen die Arbeiter vom Schlachthof, ihrem Direktor, ganz schön im Nacken und drängen ihn. Es soll ja nicht nur eine neue, moderne Wurststrecke entstehen, sondern auch ein völlig neuer Sozialtrakt für die Kollegen. Wir müssen eine Lösung finden, die beiden Seiten gerecht wird. Trink erst mal was, sonst kriegst du noch eine Krippe. Das ist eine scheiß Situation, die du in der Schleckste. Du kannst mich vielleicht für einen Feigling halten, aber du musst mir glauben, in der Sitzung, also ich war ein paar Mal drauf und kann so sagen, seht her Leute, hier ist er. Eure Sündenbock. Aber dann hätte ich da erzählen müssen, wie alles gekommen ist und dass Helga, meine Frau, da sei mal ehrlich, hättest du an meiner Stelle. Ach nee, hätte ich auch nicht. Ehrlich. Weißt du noch, wie ich in deiner Wohnungsangenehmheit den Bürgermeister und dem Heidenreich Feuer und ein Frack gemacht habe? Ich habe in der Sitzung an der Wand daran denken müssen, da saß der Bürgermeister und der Heidenreich. Wenn die gewusst hätten, dass ich, na, hätte da mitte die schöne Ingrid. Na, welcher Mann blamiert sich schon, ja. Ach, nimm's nicht so tragisch. Jedem läuft mal was schief. Und noch weiß ja kein Mensch, wie das Ding für dich gelaufen ist. Noch nicht, noch nicht. Aber stell doch noch mal vor, wenn das rauskommt, ich bin noch erledigt. Als Mensch, als Meister und als Abgeordneter. Unser heutiges Programm ist beendet. Ich verabschiede mich sehr herzlich und wünsche Ihnen eine... Die Sitzung müsste doch längst vorbei sein. Wo kann er denn nur stecken? So was kann lange dauern. Manche haben da so ein richtiges Sitzefleisch. Ach, und seinen Anorak hat er auch nicht an bei der Kälte draußen. Mutti, mach dir doch nicht solche Sorgen. Es ist bestimmt alles gar nicht so schlimm. Du kennst doch, Vati. Wenn er cholerisch ist, dann macht er aus einer Mücke einen Elefanten. In dem Fall wohl nicht. In der Klasse haben wir über die Sache auch geredet. Na, wie konntest du auch, Mutti? Wie konntest du auch, Mutti? Wie konntest du auch, Mutti? Jetzt fang du auch noch an, du. Also, ihr kennt mich doch. Ihr wisst doch, dass ich kein Mensch bin, der rumtratscht. Wie konnt ihr denn so was ahnen? Was hat denn Vati eigentlich wegen des Gartens gesagt? Wegen des Gartens? Ich bin doch gar nicht dazu gekommen, mit ihm über den Garten zu sprechen. Vielleicht, vielleicht sollten wir auch noch mal mit ihm darüber reden. Ich meine, vielleicht sollten wir unseren Entschluss mit dem Garten überdenken. Aber heute ist da alles kaputt. Mein Hausling, der hängt nicht nur schief, der, der, der liegt quer, der steht auf dem Kopf. Du, du weißt, was ich mache. Gib mir mal einen Schnaps. Na her. Jetzt brauchen wir einen klaren Kopf, dass wir aus der Sache heil herauskommen. Du bist nämlich nicht nur mein Freund, ich bin auch persönlich an der Klärung des Waschstützpunktproblems interessiert. Ja, aber Waschstützpunktproblem, eben rum. Aber das ist alles sehr schwer. Meine Hilde wäscht nämlich auch dort. Oh Schreck. Delenburg ist 1593 gegründet worden. Und seither ist in dieser Stadt Wäschig gewaschen worden. Oder nicht? Nun hier. Das ging halbe Weile. Ist doch nicht so laut, deine Frau. Na, siehst du. Und wenn heute die Frauen meinen, dass sie partout nicht ohne Waschstützpunkt waschen können, dann sollen sie ihn haben. Na, also das geht ja nicht. Das geht doch. Das geht nicht. Doch. Nur zu müssen sie denn einen Neubau haben. Ach so. Das reicht doch, wenn die Wäsche sauber und trocken ist. Jawohl. Das kann doch kein Problem sein, irgendwo ein paar Waschmaschinen und Wäscheschneuern aufzustellen. Ja. Also da hast du vom Prinzip her recht. Aber das geht ja nicht. Kein Aber, das geht doch nicht. Kein Aber. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Wozu bin ich ein alter Dernburger? Da werde ich mal meine Verbindungen spielen lassen. was für ein kleines Frühstück? Ich habe keinen Hunger. Wann kommst du denn heute Abend? Wie immer, pünktlich. Ist er weg? Ja. Was denn? Kein Friedensangebot? Aber erzählt hat er doch was. Nein, kein Wort. Na, na der müsste mit mir verheiratet sein. Na, der müsste mit mir verheiratet sein. Soll ich den Platz frei halten, Meister? Natürlich. Na, nehme ich gleich noch ein Besteck mit. Wie wäre es als Gegenleistung mit dem Pudding für mich? Ich habe es vergessen. Pudding. Wir sollen den Meister im Platz frei halten. Er kommt, bevor wir mit dem Essen fertig sind. Na? Och, ich habe ihr gesagt, sie soll den Mann in Ruhe essen lassen. Worum geht's denn? Na, um so einen Waschstützboot. Na, von dem können wir als Abgeordneter nicht viel erwarten. Keine konkrete Auskunft. Blau und Weich, sage ich nur. Nehmen Sie es nicht tragisch, Kollege König. Der Kollegin können Sie erklären, was Sie wollen. Die meckert immer. So in der Art, was der Bauer macht, interessiert mich nicht. Ich kaufe meine Brötchen beim Bäcker. Naja, bitte nicht so viel Soße. Aber wenn ich auch was zu der Sache sagen darf. Dann geht's ja nun nicht bald weiter. Sofort. Ich meine, die Erweiterung des Schlachthofes käme auch der Betriebskantine zugute und damit unseren eigenen Kollegen. Verstehen Sie? Na, ich habe nämlich nicht nur Hunger, sondern auch einen dringenden Termin. Sie müssen doch Ihre Sprechstunde nicht gerade hier abhalten. Und wenn ich den Termin nicht einhalte, kriege ich mit Ihrem Bereich bestimmt den meisten. Ja, ja. Ich gehe ja schon. Dasselbe. Also, nur lass mal und iss endlich. Wir bekommen unsere Wäsche schrankwärm. In den Kantinenessen sind wir auch einigermaßen zufrieden. Bei uns hast du deine Ruhe. Sie sehen ganz so aus, als ob Sie die heute nötig hätten. Das reicht mir, George. Ich bin bestimmt ein gutwilliger und hilfbereiter Mensch, aber es zu viel ist, es zu viel. Ich bitte dich, Paul. Mensch, verstehe doch. Mir tun die Füße weh. Wünschen sich Rentnern und kein Jüngling mehr. Und ich habe Nachtschicht. Ein bisschen schlafen wollte ich vorher auch noch. Übrigens kommt mir die ganze Sache spanisch vor. Meiner Meinung nach bekommen andere für das, was wir hier machen, ihr Gehalt. Sicher, aber darauf können wir, das heißt König, auch verweisen, wenn es mal um die Interessen der Sparte geht. Noch 20 Minuten, ja? Aber keine Minute länger und dann spendierst du uns jeden Kognak zum Aufwärmen. Mach ich, mach ich. Wenn ich nicht langsam was bekomme, falle ich umverhunger. Ja, ja. Oh, endlich. Du sieh dir das an, bitte, sieh dir das an. Mitten in der Woche koche ich Vaters Leibgericht. Macht mir so viel Mühe. Das macht er, ertükscht. Er kommt einfach nicht nach Hause, ertükscht. Das schöne Essen. Mir schmeckt es prima. Ja, wirklich Mutti, das kriegst nur du so hin. Ja, ja, ja. Das hat man nun von seinem guten Willen. Was dich bloß so aufregst, Mutti. Vati trinkt sich bestimmt wegen der Sache irgendwo eine an. Also, kennst du deinen Vater aber schlecht? Heute früh hat Vati nicht bloß nachasier Wasser gerochen. Vielleicht traut sich Vati nicht nach Hause. Riecht doch keinen Unsinn. Na, Vati kennt doch dein Temperament und außerdem hat er ein schlechtes Gewissen. Also, also ihr tut ja gerade so, als ob ich Vater am laufenden Band Zähnen mache. Ach, na das habe ich doch nicht gesagt. Jeder Ehe gerät man mal aneinander. Sicher. Sicher. Manchmal geht mein Temperament mit mir durch. Aber Vati weiß das. Und er weiß auch, dass ich es nicht so meine. Und ich weiß, dass es ihm schwerfällt, sich manchmal bei mir für irgendwas zu entschuldigen. Aber weggeblieben. Also, also weggeblieben ist er doch noch nie. Oh mein Gott. Wenn ich hier sitze, über ihn schimpfe, da sitzt er vielleicht irgendwo allein und ist verzweifelt und niedergeschlagen. Ich, ich bin allein schuld. Aber das ist kein schlechter Scherz. Sie dürfen sich darüber genauso freuen wie ich. Die Räume, die sind genauso wie beim Altenbachstützpunkt. Ja, das Mauerwerk ist tipptopp, das von einem Fachmann begutachtet worden. Wasseranschlüsse? Die Möglichkeiten sind gegeben. Für Abflüsse auch. Licht? Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Schutzschalter und renovieren. Schutz, Schutzschalter würden wir brauchen und renovieren. Die Sache steht. Aber, das ist doch nicht nützlich. Aber Sie brauchen mir doch nicht zu danken. Ja? Ich bin morgen im Betrieb. Ja, einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch, Kollege Bergner. Gleichfalls, gleichfalls. Ach, Kinder, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Dann wird sich schon meine Gelegenheit finden, denke ich. Ach, dann mache ich hier eine Runde Korn fertig. Also Alkohol ist ja für mich heute ein Reizwort, aber wenn ich die Augen schließe und die Nase zuhalte, dann wird es schon gehen. Sehr schön. Ich muss ja mit euch auf euren Erfolg abstoßen. Also, wohl sein, wohl sein, wohl sein, Prost. Helga! Was? Also, sag mal, König! Dass du da bist! Ach mal! Ausgerechnet jetzt! Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weißt du? Umkraut, das geht doch nicht. Bist du nicht mehr böse? Warum? Na, Frau Redlich, na. Um Ihre große Wäsche brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Das können Sie alles Ihrem Mann danken. Das ist ein großer Initiator. Ist das wahr? Ja. Paul und Heinz sind auch beteiligt. Und zu mir sagst du, das Ganze interessiert dich nicht. Hauptsache, die Wäsche ist sauber. Na, wie sieht's aus? Was wir bis jetzt sagen können, daraus ließe sich tatsächlich etwas machen. Tag allerseits. Oho! Tag. Das war eine Meisterleistung von dir, Kollege König. 1-0 für dich. Aber du hattest damals recht. Die Derenburger sind offensichtlich im Laufe der Zeit ein bisschen betriebsblind geworden. Na ja, ganz so ist es ja auch nicht. Wenn es dann ihm ein paar Derenburger Freunde gegeben hätte, allein. Das gefällt mir an dir, Kollege König. Immer ehrlich, immer gradlinig. Wir werden deinen Einsatz in der nächsten Stadtverordnetenversammlung gebühren, würdigen. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Das verdiene ich überhaupt gar nicht. Ich wollte nämlich eigentlich nur... Keine falsche Bescheidenheit. Ich... Also ich freue mich auch sehr. Es ist doch gar nicht so einfach, sich in so einen Funktionen einzuarbeiten. Dann mit solchem Schwung und Erfolg. Kollegin Werkner, aus der Sache hier wird nichts. Die Stahlträger sind zu alt. Korrosionsschäden, das wäre zu gefährlich. Fast eine halbe Million Mark würde die Rekonstruktion des Gebäudes kosten, sagst du. Und in fünf Jahren wird sowieso alles abgerissen. Die Geldausgabe wäre überhaupt nicht zu verantworten, haben die Wachleute schon recht. Aber wer hätte das denn ahnen können? Na, so ist das Leben. Gestern noch himmelhoch jauchzend und heute... Aber nicht da. Wer wird denn gleich so pessimistisch sein? Na, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass alle Stahlträger in der Stadt verrostet sind. Dann müsst ihr halt weitersuchen. Irgendwas wird sich schon finden. Mit irgendwas ist es aber nicht getan. Selbst wenn wir alle Sicherheitsvorschriften und Baubestimmungen im Schlaf herbeten könnten. Wir können sie doch nicht in allen Punkten überprüfen. Nein, nein, da haben die Fachleute schon recht. Man muss die ganze Sache denen überlassen. Was nutzen uns Fachleute, die nichts unternehmen? Gar nichts. Nee, nee. Da baue ich doch schon lieber auf Leute, die was tun. Nicht wahr, Schosch? Na ja, so einfach geht das nicht. Ja, das muss aber gehen. Das kann die Sparte schon von ihm erwarten. Schließlich wohnen die meisten Leute im Altbau. War doch ein Mund. Warum denn? Wieso kann die Sparte das von mir erwarten? Der Garten. Geh doch mal beiseite. Was ist denn? Man kann überhaupt nicht ran. Der Garten. Da sieht er das an. Tut so, als wüsste er nicht, warum er den Garten gekriegt hat. Doch was du nur redest, Hilde. So ist das doch gar nicht. Doch, doch, doch. Die Garten, die können wir ja nun stecken. Da sieht man mal wieder, wohin solche Alleingänge führen. Dann zerbrechen wir uns im Rat seit Wochen den Kopf über die Geschichte. Dann kommt der Zugereist in der Manier. Er kam, sah und siegte. Ach, wir haben die ganze Sache falsch an. Wie meinen Sie das? Wir hätten in dem Moment mit den Betroffenen sprechen müssen, als wir vor dem Problem standen. Dann hätte es wahrscheinlich keinen Nährboden für ein Gerücht gegeben und auch keinen Wirbel. Ich wollte und will etwas Gleichwertiges bieten. Keine Notlösung. Das haben sich die Leute verdient. Du warst übrigens damals auch mit einverstanden. Wir waren uns doch alle einig. Na ja, und jetzt? Schlecht, wir werden dort, wo wir am Anfang der Geschichte waren. Was tun wir nun, psychologes Kind? Dasselbe, was König getan hat. Nach einer Zwischenlösung so. Du, alles, was recht ist. Die Ohrfeil ist nicht von schlechten Eltern. Dann sagen wir jetzt von deinen Argumenten. Na hör mal, meine Argumente sind euch recht gut eingegangen. Schließlich habe ich den Beschluss nicht allein gefasst. Außerdem bin ich immer noch derselben Meinung, gerade jetzt. Rückgrat hat der König. Aber wie stehen wir denn jetzt da? Dann hast du uns was Schönes eingebrockt. Das habe ich doch nicht gewollt. Mann, wenn sich das rumspricht, dann sehen wir vom Vorstand aber ganz schön grau aus. Da denken wirklich welche, wir wollten uns ganz persönlich was an den Nagel reißen. Also entweder wir stehen hinter unseren Beschlüssen oder wir brauchen keine zu fassen. Der Garten ist zugesprochen und damit basta. Ganz meine Meinung. Dann springt die Angelegenheit in Ordnung. Wie, das ist deine Sache. Das ist deine Sache. Hans-Röhriger, dann macht es doch alleine. Sonst aus der Meilenkarpfischen zu. Vielleicht dürfen wir ihm das nicht machen. Bloß ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Ausgerechnet hier am Eingang. Wenn Fremde kommen, was macht denn das für einen Eindruck? Ach, dass ich mich vergesse. Ihre Mutter war vorhin da. Ich soll ihn ausrichten, der Waschstützpunkt bleibt nun doch. Woher will die denn das wissen? Was weiß ich? Guten Abend. Guten Abend. Stimmt das, Kollege König? Was denn? Der Waschstützpunkt bleibt noch? Ja, ja, im Moment sieht es so aus. Das hatte sich schon der Lösung aufgezeichnet, aber die hat sich schon lange zerschlagen. Und wie geht das nun weiter? So kann es doch im Schlachthof nicht mehr für uns bleiben. Das glaube ich Ihnen gern, aber ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Neuen Platz für den Waschstützpunkt zu finden, das ist jetzt Sache der Fachleute. Na, Kollege König, was Sie jetzt mit mir machen, das gefällt mir aber gar nicht. Wir arbeiten für Tausende von Menschen. Was ist da dein Waschstützpunkt dagegen? Ein bisschen mehr Initiativ hätte ich von Ihnen als Abgeordneter, aber wirklich erwartet. So, hätten Sie das. Was hätte ich denn nach Ihrer Meinung machen können, wenn kein neuer Platz für den Waschstützpunkt da ist? Dann ist eben manchmal keiner da. Da hilft auch die beste Wunsch nicht. Ach, wie soll ich denn das verstehen? Und überhaupt. Damit wir weiter mal klar sehen, ne? Hier, das wird dir mal reichen. Ach! Was denn? Fräule Regel, Sie, Sie glauben doch, das war Wurst aus meinem Deputat. Mir haben Sie noch nie welche mitgebracht. Kommt. Nicht raus. Helga? Helga? Na? So. Ihr habt also auch schon von dem Garten gehört. Von Redlich nehme ich an. Ja. Damit ihr es wisst, ich nehme den Garten nicht. Was? Ich lasse mich nicht bestechen. Wer damit wusste noch mit einem Garten? Bestechen? Ihr könnt das Zeug ruhig wieder zurückbringen. Ich will es gar nicht erst sehen. Okay. Okay. Bestechung. Den Garten hast du dir doch verdient mit all der Arbeit, die du die Jahre geleistet hast. Ich habe keine Freude mehr von. Das denkst du jetzt. Der Ärger geht auch mal vorbei. Und wenn es nur das so wäre. Helga, du weißt doch, was jetzt kommt. Man wird nicht ablösen oder abwählen. Ich habe mich nicht in die Funktion gedankt. Aber. Es geht mir doch verdammt an den Nieren. Nicht nur wegen der Blamage. Du komm doch. Ich bin doch keine 17 mehr. Du renn doch nicht so. Die Einwohnerversammlung läuft uns schon nicht weg. Wir sind aber schon spät. Dank. Auch das noch. Oh nein. Na komm. Lass uns nach Hause gehen. Da kannst du sowieso nichts mehr machen. Kommt nicht in Frage. Ich muss hin. Ich habe es ihm versprochen. Natürlich wissen wir, dass die Bevölkerung einen Waschstützpunkt hier braucht. Aber um die Erweiterung des Schlachthofes kommen wir auch nicht herum. Weil es um die Versorgung der gesamten Bevölkerung geht. Reden Sie doch nicht über Dinge, die jeder vernünftige Mensch ohnehin begreift. Sagen Sie uns lieber, wie es weitergeht. Für Notwendigkeiten haben alle Verständnis. Ja, ja, ja. Das sind Ihre Notwendigkeiten. Aber für uns ist es notwendig, dass wir unsere Wäsche waschen können. Das eben ist unser Problem. Beides auf einen Nenner. Beziehungsweise unter einen Hut zu bringen. Aber das wissen Sie doch nicht erst seit gestern. Warum spricht denn der Rat erst mit uns darüber, nachdem die ganze Stadt davon weiß? Da muss man erst Eingaben machen, damit überhaupt mit uns gesprochen wird. Lange halte ich das hier nicht mehr aus. Da haben Sie aber wirklich recht, Frau König. Die Luft ist ja hier zum Schneiden. Die sollen mal schnell reinen Tisch machen, damit wir wieder an die frische Luft kommen. Bitte! Ich habe schon gesagt, der Rat hat nur das Beste gewollt. Eine Versammlung ohne konkrete Vorschläge wäre ja wohl auch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen. 20 Minuten zu spät. Der arme König, wer da jetzt alles da ist und Krach schlägt. Ach, du denkst, das hätten Sie nicht gemacht, wenn wir pünktlich gewesen wären, ja? Du willst mich nicht verstehen. Ich muss jetzt ganz einfach in seiner Nähe sein. Hätte ich ihn nicht für die Funktion vorgeschlagen, säße er jetzt nicht dort. Also mich überzeugen die Argumente des Bürgermeisters auch nicht. Warum solche Heimlichkeiten um die Sache? Ich als Bürger muss doch von meinen Ratsmitgliedern und besonders von meinen Abgeordneten Offenheit, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein erwarten können. Wir jedenfalls, ich arbeite im Schlachthof an der Wurststrecke, Wir Mitarbeiter des Schlachthofes sind jedenfalls bitter enttäuscht. Könnte ich mir vorstellen, nachdem das mit der Wurst nicht geklappt hat. Woher wissen Sie denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, von unseren Abgeordneten und vor allem von unserem Rat hätte ich eine andere Haltung erwartet. Besonders aber von Ihnen, Herr Bürgermeister. Ich, also ich, ich möchte hier mal was richtigstellen. Der Schuldige an dem ganzen Durcheinander hier, das bin nämlich ich. Ich weiß, ich habe mehr Schaden angerichtet, als Nutzen gebracht. Was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre. Es tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe nur, dass mein Nachfolger für die Funktion besser geeignet ist als ich. Also wissen Sie, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Aber der Müller, der soll mal ganz ruhig sein. Ach du meine Gott, warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen? Also meine Hochachtung, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Ehrlich. Also dazu muss ich mal was sagen. Fehler machen wir alle mal. Dafür sind wir ja Menschen. Du hast versucht, ihn auszubügeln, es hat nicht geklappt. Na gut. Aber was viel wichtiger ist, du hast den Kopf nicht in den Sand gesteckt, obwohl du das gekonnt hättest. Dann wirst du die Flinte ins Korn werfen. Das finde ich nicht gut. Also wenn es dir irgendwie hilft, mein Vertrauen hast du. Also mein Vertrauen. Also ich, ich denke auch so. Und ich glaube, ich spreche für alle anderen hier oben. Das Bemühen des Kollegen König war gar nicht so nutzlos. Wir im Rat haben in den letzten Tagen auch nach einer Übergangslösung gesucht, wie er sie angestrebt hat. Und wir haben auch was gefunden. Ich muss gleich sagen, es ist nicht ideal, aber zusammen mit Ihnen werden wir schon was draus machen. Die drei Jahre, bis die städtische Wäscherei nach der Rekonstruktion den Bedarf auch dieses Stadtteils voll decken kann, stehen wir jedenfalls damit durch. Also auf Ihre nächsten Überraschungen bereiten Sie uns bitte ein bisschen zeitiger vor. Der Bürgermeister und ich, wir haben bald einen Herzschlag bekommen. Als ich? Ich habe immer gesagt, frischer Wittmachinister. Meine Frau, die hat mir schon Deleviten gelesen. Aber wissen Sie, also... Aber du plaudernst ja die Leute. Nein, nein, nein. Sein ganzes Konsum. Hast du zugelegen, Garten? Nee, warum? Nur so, bei dir hätte ich ganz gerne mal ein Fundament gelegt. Ich dachte, ihr werdet nicht gekommen. Du hast dem jungen Kollegen nicht die Wahrheit gesagt. Wieso? Du musst den Garten behalten, Gerhard. Ich bitte dich, sonst kann ich mich in der Sparte nicht mehr sehen lassen. Der ganze Vorstand will es. Ach, komm, komm, komm. Und nur als einfaches Spartenmitglied. Na, gerne. Tja. Da wäre ich was zum Wochenende meiner Bäume verschneiden müssen. Nun, wer wohl sei vorsichtig mit dem Haken, da sollen noch irgendwelche Pflanzen drunter sein. Aber Gerd, auch Gerd doch nicht mit dem guten Anorak. Hallo, Familie König. Hallo, Schwarz. Ey, halt! Es ist doch nicht zu fassen. Da geht dieser Mensch den ganzen Tag mit Holz um und was macht er? Er sägt genau den Ast, ab der die meisten Früchte trägt. Ich habe das unsichere Gefühl, dass ich in allerhand lernen muss, weißt du? und was ich in allerhand Musik Musik